Okay, das wird doch ein. Wir geben uns mal eine Verteidigungskornination. Du machst dein Schild an. Und du gibst uns eine Hast. Wir werden uns die Handumdrehen darum kümmern. Nera, du machst auch mal jetzt deine Steinhaut an. Und gleich das nächste nochmal hinterher. Nera, du hast noch mehr Zauber, Feuerbälle. Äh, ja. Nein, nicht hier drin. Dorn trinkt den mal. Du heil Dorn. Dorn, du ziehst dich mal komplett zurück. Wie kann ich? Ich werde mich im Ha... Worum geht es diesmal? Yes? Speak. So, noch halb mal weiter Dorn. Oh, was ist das für ein schickes Teil. Dorn. Und dort nehmen wir die. Ansichtbarkeitstränke, auch wenn ich sie nicht brauche. Worum geht es diesmal? Fein und Bolzen sollte ich mitnehmen? Was bist du? Ach, nur eine schwere Armbruchs plus eins. Okay. 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 Und ein paar Feuerpfeile. Okay, Rückzug. Dark Master. Hi. Pallen. Okay, jetzt kommen auch noch Pallen dazu. Ergebt euch oder ihr bekommt es mit mir zu tun. Das schwere ich bei der Dame. Wisst ihr, dass ich Adrash Ashtil, die rechte Hand der strahlenden Dame? Ich kenne euch, Kind von Baal. Wir trafen uns bei der Unterredung. Ich bin nicht überrascht. Ich bin schrecklich berühmt. Manche nennen euch einen Helden, aber ich weiß, was aus der Eberfebrücke passiert ist. Ihr werdet niemals mit uns kämpfen, obwohl unsere Sache gerecht ist. Ich kämpfe sehr wohl auf der rechten Seite. Ihr und Kayla könnt das nicht sehen. Kayla's Wahnsinn wird die Schwerpküste in Trümmer verwandeln. Sie aufzuhalten, ist das einzig Vernünftige. Ich kämpfe für meine eigenen Zwecke, keine andere. Nehmen wir mal die zwei. Ich werde euch zum Licht bringen und beweisen, dass wir auf der Seite der Ehre und Tugend stehen. Stellt euch mir, eins gegen eins. Wenn ihr mich besiegt, werden sich meine Soldaten und ich euch ergeben. Akzeptiert ihr das? Nein, ihr könnt mich nicht mit einer Herausforderung unter dem Denkwandel der Gerechtigkeit abdenken. Ich werde euch und eure Anhänger hier und jetzt vernichten. Stellt das Licht, sie werden gerade Zeuge der Feigler und falscher Derer, die da damit trotzen. Tötet den Ungläubigen, tötet sie alle in Kayla's Namen. Seid ihr noch bei uns? Überrascht? Schön, wir könnten vielleicht das Blatt wenden. Das Blatt wenden? Ich dachte, wir gewinnen. Wir haben uns bisher gut geschlagen, aber es könnte sein, dass wir es nicht weiter schaffen. Wir können diesen Teil des Außenhoofs vielleicht halten, aber wir können nicht weiter. Der Kreuzzug ist wie die Flut. Wir versuchen ihn zu stoppen, aber es sind einfach zu viele. Wenn wir Kayla in der Festung schnappen wollen, muss jemand... Ich werde ja sehen, was ich tun kann. Ich will Timor euch begleiten. Wir müssen E-Laden. Da ist Dawn schon tot. Abschlussspeicherung, die kann ich löschen. Ich muss wieder Kapitelstart anfangen. Äh... Wie kann ich helfen? Ja, Sabine. Ihr braucht nur zu fragen. Okay, Nera. Feuerball sie. Feuerball sie mehr. Und noch ein Feuerball hinterher. Das war auch wieder nicht gut. Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Ja, Sabine. Ja? Worum geht es diesmal? Wüterreggen. 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 Wie zu viele Feinde. Ja? Stop and help me. You want me? What if? Sweetheart? Well born. So, jetzt kommt wieder die Cutscene, bla bla bla. Ja, was braucht ihr? Wir können diesen Teil des Aufentzuges vielleicht halten, aber wir kommen nicht weiter. Der Kreuzlug ist wie die Flut, wir versuchen ihn zu stornen, aber es sind einfach zu viele. Ja, wer auch immer die Kreuzlug unterkommandiert, muss fallen. Wenn wir sie nicht überwinden können, müssen wir uns zurückziehen. Wir können diese Prozession nicht ewig halten. Wie kann ich hier? Hm? Ich werde mich... Warte! Ja? Also das ist gerade die Katastrophe schlechthin. Okay, zum Glück ist da diese Abschlussspeicherung. Dieses Mal mit einigermaßen vernünftigem. Stand da... Know that I am Adrass Ashatil. Right hand to the shining lady. I know you, Baal Sporn. Have you now? You and I. One on one. No other combatants. Champions of light. You see now the cowardice, the duplicity of those... Ja, das kennen wir alles. We are to get Kaylar within the keep. Someone needs to start... Ah! Hells, I missed! Ich werde... Ah! Timed! I bleed! Yes, Abitera... Uh! 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 Wir dort hinten müssen dringend zuerst fallen, die Magier. Okay, Vikonia ist schon wieder down... Ach Down ist auch ein bisschen kaputt. Okay, Down ist auch kaputt. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle erstmal einen Cut und versuchen es dann beim nächsten Mal wieder, weil sonst wird die Aufnahme sehr schön zu lang. Wir haben ja jetzt diese Abschlussspeicherung da, also brauche ich jetzt gerade keinen Save machen. Also, dann machen wir jetzt einen Cut und sehen uns gleich wieder.